Ich bin nicht seine Mate, fick dich! Und damit einen wunderprächtigen guten Tag. Wir haben Paella gekocht und es war verdammt lecker. Oh mein Gott, ich möchte es wieder essen. Viel Spaß mit dem Video, es ist wieder ein kleines, kurzes Best-of. Ja, es scheint zu funktionieren. Bewege dich mal ein bisschen. Ja. Ey, wir haben voll wenig Verzögerung. Voll cool. Ist denn schon mein Mikro an? Oh, warte mal. Ja, es ist schon an. Guten Tag. Ich höre dich gar nicht schon im Koffer an. Ja, warum wohl? Ich habe noch nie Paella gegessen. Pa-e-l-la? Ich habe das noch nie gegessen, aber... Pa-e-l-la! Pa-e-l-la! I'm gonna kill you! Schrei nicht so laut, du hast ein Headset auf. Sorry. An alle Leute, an alle Headphone-User. Paella heißt das. Ja, genau das kochen wir heute. Eine Viertelmeile, ein paar Hundertstel gewonnen. Ey, okay. Arigata! Spaß. Warte mal, ich schaue jetzt nach, wie die heiße. Kannst du mal gucken. Boah, das ist geil! Okay, ich liebe dein Messer. Okay, Leute, dieses Messer ist... Es ist sehr scharf. Es ist einfach fantastisch. Das ist ein asiatisches Messer, oder? Es ist toll. Ja, es ist ein Santoko-Messer. Oh, es ist geil. Ja. Okay. Ey, ich werde dann gleich noch den Reis mit gleichzeitig vorbereiten. Genau, mach das mal du. Weil ich bin hier mit Schneiden erstmal beschäftigt. Und jetzt kommt eine schöne Technik. Er steht auf! Wuuu! Jetzt kommt eine schöne Technik, Leute. Könnt ihr es sehen? Ja, können sie. Sieht gut aus. Deswegen liebe ich jetzt, Zwiebeln zu schneiden, ne? Weil es halt so geile Techniken gibt. So geil. So sexy. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach zwei Knoblauchzehen, oder? Ja, zwei ist okay. Oder vorgestern. Ob wir was machen wollen, oder meinte ich, hey, komm, dann komm doch her. Und dann kochen, macht Spaß. Kochen, kochen ist cool. Und die Messer sind geil. Vor allem die von Tess jetzt. Der hat sogar... Oh mein Gott, ich will das zeigen. Ich weiß nicht, was er jetzt holt, aber irgendwas holt er. Ach, das Hackmesser. Da gibt es auch eine ganze Geschichte zu, zu einem Hackmesser. Und dann war ich dann im Zwilling-Shop. Und hab mir so ein Messer angeschaut. Und dann bin ich mit dem Hackmesser, weil ich wollte ein Hackmesser, um damit zu hacken. Logischerweise. Dann bin ich dann... Echt? Ja, aber pass auf. Ich bin damit dann zur Kasse vor. Und dann meinte die Frau, die Kassiererin so, Sie wissen, das ist ein Hackmesser, ne? Damit können Sie Knochen zerhacken und so. Ja, ich... Ich hab dann nicht... Ich hab gesagt so, ja. Ich dachte mir in dem Moment nur so, ja, ich weiß, was ein Hackmesser ist, aber danke. Okay. We won't cast a wave. Oh Gott. Erstmal alles zerstören. Ja, grün hast du bei mir im Chat. Dieses Messer ist so geil. Ich schau dir auch begeistert zu, wie du das gerade schneidest. Ich seh das ja hier dreimal. Und wie sieht's aus? Sieht gut aus. Also ich glaub tatsächlich, das Funk genauso gut funktioniert wie Kabel. Zumindest bei der Entfernung hier. Ich würd jetzt aber tatsächlich mal den Reis schon mal machen. Ja, hab ich... Dachte ich mir schon die ganze Zeit so, wann machst du diesen scheiß Reis, Junge? Warum läuft eigentlich Weihnachtsmusik? Nein! Ich hör die Musik nicht. Er hört nur die Musik. Weil in der Playlist ein Weihnachtslied mit drin ist. Ding, 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 ding. Jetzt hab ich sozusagen fast alles schon vorbereitet. Ähm, Paprika muss jetzt nur noch gewürfelt werden. Und sonst wird jetzt halt der Reis noch eine halbe Stunde gekocht. Und dann muss man das halt alles zusammen andünsten. Und deswegen, Leute, können wir jetzt noch ein bisschen quasseln, chillen. Und dabei halt ein bisschen noch schneiden. Also ich. Bezählt, das würde schon funktionieren. Ich bin nicht seine Mate, fick dich. Er hat nicht meine Unterhose an. Doch, Wusel, ich hab immer so Stoffhosen oder Jeans an. Ich bin auch kein Jockey-Hosenträger. Ja, er ist einfach eine Schande für die Menschheit. Außer das mit dem veganen Leben, das geht klar. Hm, danke schön. Alter, kann ich den Kopf. Oha. Wenigstens mag ich Meeresfrüchte. Ja, und vor allem im Backen mach ich ja immer. Und meine Gäste stehen hier rum. Und wenn er kochen möchte, dann kann er das doch machen. Das ist ja nicht mein, Jen. Tofu. Der ist vor allem voll lecker. Das ist so ein Veteraner mit Oliven und so. Der sieht echt gut aus. Der sieht gut aus. Die vier Oliven. Ich verstehe das Rezept immer noch nicht. Die vier Oliven. Ja, entweder du machst viele rein oder lässt es gleich sein. Aber vier Stück, die fährt mir da auch. Dann hat er vielleicht immer seine Sachen, wenn man sie benutzt hat. Ich muss die Textbox verschieben. Und kleine Löffel, Tess. Ja, genau da. Schau mal kurz. Also hier, Magic. 20 Gramm Erbsen. Also alle die würde ich einfach rein machen. Warum nicht? Boah, die ist gerade so geil reingespungen. Das muss ich auf jeden Fall reinschneiden, das Clip. Vielleicht noch eine Wand ein bisschen akzenttechnisch anders streichen. Aber ich mag weiß. Außer bei T-Shirts. Die werden immer so schnell trickig. Genau, eine halbe Zitrone. Okay, wir können jetzt anfangen mit der Koch-Action. Ich liebe mein Leben. Leute, jetzt passiert Party. Party, Party hard. Jetzt habe ich mich verheddert mit dem Kabel. Das passiert mir auch voll oft. Das ist die Leinen-Show. Hanne muss... Hanne. 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 Muss noch ein bisschen heiß werden. Also von dem her. Und die Zwiebeln habe ich gerade so schön hier da reingetan. Und das kann ich dann bam und dann... Wir brauchten erst mal den Koch-Sound. Ich würde sagen, wenn sie deine Familie... Wenn sie deine Familie das nächste Mal über Nintendo aufregt, dann spiel doch bitte mal einen Hentai-Shooter 3D. Oh Gott. So, jetzt sind die Dinger nämlich glasig langsam. Glasig. Glasig. Danke für den Follow. Ich hoffe, es geht ja wunderbar. Wunderprächtig. Du wolltest heute kochen. Ich hasse dich trotzdem wegen deinen scheiß Handtüren. So, oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich heule. Ist es gerade schiefgegangen? Nein, aber das ist total unpraktisch. Ich bin professionell. Ich bin cool. Ja, schon, aber... Okay. So, jetzt kommt noch der Reis dazu. So, sowas mache ich hier. Wie geht das? Einfach nur auftauchen lassen. Felix kann kochen. Dann setze einen Timer auf 10 Minuten. Ich habe noch fallen sehen, aber es hat auf dem Stuhl gelandet. Das passt schon. Das ist kein Pfeffer. Das ist kein Pfeffer. Das ist Senf. Auch nicht schlimm. Senf ist auch okay, aber... Wo ist der Pfeffer? Guck doch mal, da ist ein Ding, was offen ist. Wenn du da reinguckst, dann siehst du, dass da Pfefferkörner drin sind. Nein, das ist Kakao. Das ist auch in der Mühle drin. Du wirst doch wohl erkennen, wie Pfeffer aussieht, oder? Ich hasse das Pfeffer. Hey, du Knödel, Mann. Hör auf, du viel zu naschen. Das ist mein Job. Nö, machst du ja nicht. Oh Gott, ich habe was verschluckt. Oh nein! Ich kann noch ein bisschen woanders naschen, aber... Ich habe was verschluckt. Hm. What the fuck? Warum klingelt dein Handy auch noch? Weil mein Google das auch gemacht hat. Ach so, Alter, das ist aktiv. Ach so. Ja, das ist ein Anfängerfehler. Weil mich das nervt, mein Handy soll nicht zuhören. Und jetzt kommen Erbsen rein. Erbsen. Oder Edamame. Edamame. Und ein bisschen Cashewkerne. Stand auch im Rezept. Ach so. Aber nur als Garnitur eigentlich. Wann kommt der Speck rein? Den trägst du doch schon mit dir rum. Den kriege ich doch gar nicht mehr. Dann komme ich vorbei und raspe da was von meinem Bauch rein. Danke für das Angebot. So, machst du gerade... Was machst du da gerade rein? Ah, Pfeffer. Nice. Ich würde noch ein bisschen mehr Salz reinhauen, weil der verkocht, ja? Was verkocht? Nichts. Hast du gerade gesagt, Salz verkocht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß. Stell einen Timer auf 10 Minuten. Er hat Cayenne-Pfeffer. Okay, davon hole ich noch ganz bisschen rein. Da ist das Paprikapulver. Da. Dann kannst du schon mal Gewürze aufräumen. Wir sind schon aufgeräumt. Was ist mit dem Ingwer? Ja, das ist der einzige. Ja. Oh mein Gott. Okay. Nichts passiert. Was hast du für ein Glück? Ja, ich habe immer Glück. Aber jetzt kommt auch ein geiler Move. Oh yeah. Ich sehe, wie Felix nascht. Alter. Alter, ist das geil. Ich hatte Sojasauce entdeckt. Oh. Ein ein kleiner Esslöffel. Hinein. Aber auch nicht so viel. Weil die ist eigentlich mehr auch für die Garnitur. Weil Petersilie ist echt stark, der Geschmack. Vor allem von frischer. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zitrone rein. So, jetzt wird das nämlich alles nochmal kurz abgedeckt. Und dann wieder 10 Minuten. Und das sage ich dem guten Freund hier von uns. Tess? Was denn? Wir sind fertig. Okay, dann packen wir das jetzt alles zusammen. Da. Ihr Essen ist serviert. Miau miau. Miau miau. Bitte lasst es nicht auf die Tasse tun. Nein. Miau miau. Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und seid einfach mal wieder beim nächsten Mal dabei. Und ich hoffe, Tess lädt mich das nächste Mal mal wieder ein. Also, macht's gut. Ciao. Ey, das war's für YouTube. 2. ., 2. 3. 5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017